Willkommen zum Börsencocktail der Finanz und Wirtschaft. Mein Name ist Jan Schwalbe, ich bin der Chefredaktor von Finanz und Wirtschaft und neben mir steht Philipp Merkt, der Chief Investment Officer der PostFinance. Heute haben wir für Sie einige schöne Themen dabei. Wir sagen Ihnen, was es bedeutet, dass das FED, die US-Notenbank, die Zinsen nicht gesenkt hat. Wir sagen Ihnen, wo die Aktienmärkte hingehen, wo sie investieren sollen und am Schluss habe ich dann noch einen Aktientipp und aus Spass auch noch unseren EM-Tipp. Philipp, ich habe es gerade angemerkt, das FED hat die Zinsen nicht gesenkt, das per se ist nicht überraschend, zeigt uns aber so ein bisschen, dass die Inflation in Amerika immer noch ein Problem ist. Was heisst das insgesamt und auch für den Aktienmarkt? Ja, es zeigt deutlich eben das Problem, das das FED eigentlich hat. Die Inflation bleibt weiterhin hoch, hartnäckig. Die Bekämpfung geht nicht mehr so rasch vorwärts, wie sich das FED das vorgestellt hat. Daher auch der Entscheid nicht zu senken. Jetzt, was bedeutet das für die Aktienmärkte? Ich glaube, die Aktienmärkte wurden eben nicht überrascht, wie du das auch gesagt hast. Seit Anfang Jahr, da waren im Dezember, waren die Erwartungen noch riesig an Zinssenkungen, sieben Zinssenkungen und das ist jetzt wesentlich tiefer. Also das heisst, die Aktienmärkte wurden eigentlich dadurch nicht überrascht. Und auf der anderen Seite bedeutet das ja auch, dass die amerikanische Konjunktur eigentlich immer noch gut läuft, der Arbeitsmarkt robust ist. Macht denn das FED alles richtig? Auf den ersten Blick ist es ja schon sehr komisch, wenn man sieben Zinssenkungen, vielleicht auch nur fünf erwartet. Und jetzt ist die Rede von einer, vielleicht zwei, vielleicht im September, vielleicht nicht. Ist es so ein bisschen Glaskugel-Politik oder traust du dem FED wirklich noch 100 Prozent und wie gesagt, machen die alles richtig? Ja, eben die Situation ist nicht einfach. Aber ich glaube, momentan haben sie viel richtig gemacht und machen viel richtig. Die sieben Zinssenkungen wurden ja eigentlich vom Markt erwartet und nicht von der FED signalisiert. Da war natürlich sehr, sehr viel Hoffnung drin. Aber ja, die FED hat den Auftrag, die Inflation zu bekämpfen. Zielband zwei Prozent und jetzt sind wir auf 3,3. Also per se, dass sie nicht gesenkt haben, war der richtige Entscheid. Du hast es vorher angedeutet gehabt, du glaubst aber daran, dass sie vor Ende Jahr senken werden. Nochmal. Ja, ich glaube an eine Zinssenkung. Das ist das auch das, was der Markt suggeriert, wenn man die Vorwärtssätze anschaut. Und auch das FED selbst, da gibt es ja 19 Mitglieder, die machen eine Umfrage und im Moment sagen, die Mehrheit davon sagt, eine Zinssenkung bis Ende Jahr und vier. Sogar keine Zinssenkung. Also ganz überraschend dürfte es uns dann nicht, wenn schlussendlich keine Zinssenkung da wäre. Jetzt haben wir es hier in der Schweiz ganz anders gemacht. Wir haben die Zinsen bereits gesenkt und der Konsens oder zumindest viele Leute rechnen auch damit, dass die SMB diese Woche die Zinsen noch mal nach unten schraubt. Wir haben die Inflation ja irgendwie schon besiegt. Das ist nicht mehr wirklich ein Thema, auch wenn rund um uns herum, Amerika, Europa noch ein bisschen, die Inflation noch ein Thema ist. Haben wir es irgendwo geschafft? Ist das zu erklären? Ja gut, tatsächlich hatten wir nicht ganz das gleich grosse Problem wie andere Nationalbanken. Die Inflation lief nie ganz so aus dem Ruder, hatte auch mit dem Schweizer Franken zu tun. Wir haben die erste Zinssenkung gemacht. Da ging es wahrscheinlich auch darum, eigentlich den Abstand zum Euro ein bisschen zu erhöhen und eigentlich den Schweizer Franken zu senken. Und ja, ich denke auch, nächste Woche werden wir eine eine Zinssenkung sehen, noch eine. Und ja, da haben wir viel, viel richtig gemacht. Ob wir jetzt ganz schon am Ende, am Ende sind, kann ich auch noch nicht ganz beurteilen. Aber wir haben vieles richtig gemacht. Ja, Mietpreise kommen auch noch ein bisschen hinein. Aber die Schweizer Konjunktur, ja, stützt eben nicht. Bisher ist es so tief im Moment, dass das Inflationsrisiko doch durchaus viel geringer ist, als das in den USA ist. Wenn ich im Moment so ein bisschen auf Europa schaue und dann auf die USA, dann sehe ich eine unterschiedliche Entwicklung. Also es ist nicht mehr so ein bisschen so, Amerika läuft so ein bisschen vor Europa und Europa kommt danach, sondern diese beiden Wirtschaftsräume, die entwickeln sich anders. Denkst du, das ist ein vorübergehendes Phänomen oder ist das möglicherweise so ein Vorbote der Konzentration auf den eigenen Wirtschaftsraum, Deglobalisierung und so weiter? Wie siehst du das? Gut, kommt ein bisschen darauf an, was man anschaut bei der Inflation. Ja, per se sind beide immer noch über dem Zielband weit über zwei Prozent. Also da haben sie eigentlich das gleiche Problem. Der Unterschied ist, in Europa läuft die Wirtschaft schon bereits nicht mehr gut. Da hat es sich abgekühlt. Also das nimmt dann auch den Druck bei der Inflation heraus. Und eben auf der anderen Seite, die amerikanische Wirtschaft brummt immer noch. Vor allem durch eine gute Konsumentenstimmung oder es wird immer noch gekauft in den USA. Also das läuft immer noch gut. Und wenn wir die Aktienmärkte anschauen, dann hat die USA in der letzten Zeit sicher besser performt. Hängt dort aber sehr stark an einzelnen Titeln. Also es sind nicht mehr Magnificent Seven. Jetzt sind es glaube ich fünf im Moment. Und ein grosser Teil davon ist Nvidia. Du sprichst sie indirekt an. Also ein grosser Grund für diese, ich sage jetzt mal Outperformance des amerikanischen Marktes zum grossen Teil, ist das Thema KI, Künstliche Intelligenz. Da gibt es in Amerika einige grosse Aktien. Du hast Nvidia angesprochen. Apple ist jetzt auch wieder durchgestartet aufgrund der letzten Präsentation. Microsoft profitiert auch davon. Und dann noch ganz, ganz viele kleinere Mittelgrosse. Also in Amerika sind kleinere dann trotzdem 10, 20, 30 oder 50 Milliarden gross. Ist das so ein bisschen der USP des amerikanischen Aktienmarktes? Und wird das weiter für den amerikanischen Aktienmarkt sprechen? Auch vielleicht im Vergleich zum europäischen oder gar dem Schweizer Markt? Also ja, es ist tatsächlich wohl ein USP im Moment. Also der KI-Sektor ist sehr stark in den USA vertreten und viel weniger in anderen Ländern. Wird es so weitergehen? Also ich muss es vielleicht vorschicken. Ich glaube wirklich, KI hat noch riesen Potenzial, wenn wir sehen im Moment, wie schnell und wie viel da läuft. Und jetzt, wenn du mich fragst, ob es am Aktienmarkt so weitergeht, dann wahrscheinlich in der nächsten Zeit Momentum deutet darauf hin. Aber wenn wir es ein bisschen auf die mittlere oder lange Frist anschauen, dann ist es eigentlich immer so, wo grosse Marschen sind oder auch irgendeine grosse Gewinne. Da kommen dann auch Wettbewerber hinein. Also so grosse Marschen und Gewinne sind meistens nicht nachhaltig. Wir haben noch eine Studie gemacht und eigentlich die letzten 150 Jahre angeschaut, des amerikanischen Aktienmarkts. Und eigentlich weder die Industrialisierung noch Internet hat eigentlich die Gewinne der Unternehmen nachhaltig verbessert. Ein Peak zuerst sehr stark gestiegen, aber dann ging es wieder eigentlich zurück auf das normale Gewinnwachstum. Und wir erwarten auf die mittlere oder längere Frist, dass das hier auch eintrifft. Also der Wettbewerb wird da auch spielen. Da kommen neue. Und ja, die Behörden in den USA haben ja auch schon angekündigt, dass sie ein bisschen besser hinschauen werden wettbewerbsrechtlich. Was meinst du, wenn du sagst mittelfristig? Also es wird jetzt mal noch so eine positive Phase geben, sozusagen bis die Leute merken, dass die Gewinne nicht endlos steigen können, nur aufgrund von künstlicher Intelligenz. Ab wann muss man sich so warm anziehen? Was meinst du? Das ist natürlich schwierig zu sagen, ab wann. Aber ja, genau, wenn es eintrifft eigentlich, dass die Leute sehen, dass die Gewinne nicht ewig erwachsen oder eben neue Mitbewerber in den Markt kommen oder alte Mitbewerber auch aufholen, dann wird man sehen, ich denke, ein, zwei Jahre. Ein, zwei Jahre, ja. Also ich würde jetzt auch mal sagen, dieses Jahr sehe ich da noch nicht so eine Gefahr, auch wenn ich denke, dass man vielleicht noch mal zwischendurch Rückschläge erleben könnte. Aber ich sehe so eine Upwards Trajectory, wie man so schön sagt. Jetzt ein Ding, was uns vielleicht noch ein bisschen einen Strich durch diese Rechnung machen könnte. Und ich weiß, dass viele Strategen immer sagen, ja, geopolitische Einflüsse sind irgendwie nur ganz kurzfristig und man gewöhnt sich an alles. Und trotzdem haben wir immer noch diese grossen Krisenherde, sei das die Ukraine, sei das in Israel, seien das die Auseinandersetzungen, die sich irgendwo anbahnen, auch im asiatischen Raum. Willst du da entwarnen oder schaust du dir da ganz genau die Sache an? Ja, hinschauen muss man auf alle Fälle. Und auch ich bin der Meinung, dass natürlich solche Entwicklungen meist eigentlich irgendwo beschränkt bleiben. Natürlich hat das Einfluss. Also darum ist auch zum Beispiel Gold stark gewachsen. Aber meistens ist trotzdem der zeitliche Einfluss oder auch eben auf welche Branchen und Länder, der Einfluss ist doch ziemlich beschränkt. Aber hinschauen muss man. Und hier gilt eigentlich das bewährte Prinzip. Also ich denke, man sollte sich nicht beeinflussen lassen durch überhastete Entscheidungen treffen, sondern seine Strategie langfristig durchziehen, diversifizieren. Auch das hilft. Das hilft sehr stark bei Krisen. Und dann irgendetwas dem Portfolio beimischen, das auch ein bisschen dämpfende Wirkung hat, wie eben Gold. Und dann sind wir im Schweizer Markt sicher auch ein bisschen besser oder defensiver für solche Situationen aufgestellt. Das ist meine nächste Frage sozusagen schon ein bisschen vorweggenommen. Das ist auch gut, also beziehungsweise die Antwort. Also du hast gesagt, ein bisschen Gold ist immer nicht schlecht. Im Schweizer Markt sind wir gut aufgestellt. Meine Frage wäre gewesen, wo soll man denn jetzt investieren? Das sind mal zwei Bereiche, die du wahrscheinlich favorisierst. Gibt es noch weitere? Ja, also wir sehen im Moment aufgrund der immer noch hohen Zinsen, oder wir haben ja vorhin eigentlich vor allem von der kurzen Frist gesprochen. Wenn wir die lange Frist anschauen, da sind die Zinsen eher gestiegen. Daher sehen wir dort eigentlich, dass wir eher zu Substanztiteln, zu Value-Titeln uns bewegen sollten. Also weg vom Growth zum Value. Das hat vor allem mit der Bewertung zu tun. Wie höher die Zinsen sind, desto mehr abdiskontiert werden die zukünftigen Gewinne bei den Growth-Titeln. Also da sehen wir Opportunitäten. Schweizer Markt aufgrund defensiven Charakters. Und wenn ich zu den Währungen gehe, dann auch hier der Schweizer Franken als sicherer Hafen. Und vor allem Marenk, der seit Anfang Jahr war ziemlich verloren hat. Und ich denke, ja, jetzt ist der Dollar eigentlich überbewertet unter Euro. Wunderbar, Philipp. Jetzt habe ich noch versprochen, dass ich noch einen Aktientipp habe. Im Dezember 2022 hatte ich Ihnen die Aktien von Chipotle vorgestellt. Chipotle, das ist diese Restaurantkette, Fastfoodkette kann man eigentlich sagen. Die machen mexikanische Burritos. Ursprünglich aus Chicago waren zwischenzeitlich mal von McDonald's gekauft worden. McDonald's hat die wieder verkauft. Dann gingen die an die Börse und seit Dezember 2022, als ich dir empfohlen habe, haben sich die Titel jetzt mehr als verdoppelt. Das sind mal Good News. Und ich habe von einigen von Ihnen die Frage bekommen, was ist denn nun mit Chipotle? Sie sind sicherlich happy, dass die gut gelaufen sind, aber man will natürlich immer wissen, wann soll man verkaufen. Das fällt immer unglaublich schwer. Und Chipotle ist da auch nicht anders. Und zwar aus folgendem Grund. Chipotle steht jetzt kurz vor einem Aktiensplitt im Verhältnis von 50 zu 1. Und da gibt es jetzt Gerüchte, dass Chipotle, die haben eine Marketkapitalisierung von irgendwie 80 Milliarden Dollar. Also die sind schon ziemlich groß. Dass die nach so einem Splitt auf dem Weg in den Dow Jones Industrial sein könnten. Das sieht man so, wenn man Social Media anschaut etc. Ich glaube das nicht. Also ich glaube, Chipotle ist zwar super. Ich habe die empfohlen und bin auch froh damit. Aber Dow Jones Industrial scheint mir ein bisschen übertrieben. Da gibt es jetzt Unternehmen wie Nvidia, die warten noch drauf. Oder Alphabet, die warten noch drauf. Die sind auch nicht drin. Ist zwar eine gute Diversifizierung, aber ich glaube nicht Dow Jones. Jetzt habe ich das gesagt und sage Ihnen trotzdem, verkaufen Sie die Titel nicht. Und zwar, die Strategie von Chipotle geht immer noch auf. International expandieren die noch. National ist der Markt noch nicht ausgereicht. Chipotle ist es gelungen, die Preise zu erhöhen. Man konnte sozusagen die Inflation und noch ein bisschen obendrauf weitergeben. Und hat trotzdem die Same-Store-Sales, also die Verkäufe in den einzelnen Filialen, gesteigert. Also die Leute, die sind wirklich scharf auf Chipotle und das wird auch nicht so bald aufhören. Ich glaube nicht, dass sich die Titel jetzt nochmal verdoppeln. Und vielleicht wird auch der eine oder andere enttäuscht sein, wenn Sie dann nicht in Dow Jones kommen. Aber ich würde sagen, bleiben Sie noch dabei bei Chipotle und halten Sie die Titel oder kaufen Sie sie sogar dazu, wenn Sie noch nicht haben. Jetzt haben wir noch, Philipp, was versprochen am Anfang. Das Ei haben wir uns sozusagen selbst gelegt. Der runde Ball, der läuft ja jetzt wieder. Wir haben die ersten Spiele gesehen am Wochenende. Was meinst du denn, wer holt denn am Schluss den Pokal und gewinnt in Berlin das Final? Ja, das Herz hofft natürlich auf die Schweiz, aber in Deutschland, im eigenen Land, da wird der Titel wahrscheinlich an Deutschland gehen. Bin ich gespannt. Mein Tipp ist England. Die haben jetzt schon über 60 Jahre, 60 Years of Hurt und versuchen es jedes Mal wieder und kommen jedes Jahr oder alle zwei Jahre mit einer besseren Mannschaft ans Turnier. Und ich glaube, dieses Mal sind sie gut genug und können den Pokal gewinnen in Berlin. Aber mal sehen, Philipp, wer recht hat und das sehen wir dann spätestens in einem Monat bei unserem nächsten Börsencocktail. Dann haben wir auch wieder spannende Themen für Sie. Sie wissen, Kommentare geben, was fanden Sie gut, was fanden Sie nicht gut. Uns hilft das und wir können uns dann darauf einstellen, was Sie interessiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, Philipp und bis bald.